Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu The Forest, ein Minyas und zwei Mädels. The Forest! The Forest! The Forest! The Forest! The Forest! The Forest! Hallo! Hallo, ihr alle. Hi. So, bevor es dunkel wird, werde ich jetzt erstmal schnell den Zaun fertig ziehen. Das ist eine sehr weise Entscheidung. Das haben wir auch nicht vorher besprochen. Nein, das war eine ganz spontane Sache. Ja. Wir haben ihm keine Schläge angedroht. So, du hast jetzt da einen Vogelplatz, hast du gesagt? Das habe ich gedacht, aber hier sind keine Vögel mehr. Das ist schade. Du musst mal vielleicht unten am Schrank gucken. Vielleicht sind sie da bei dir auch. Und dann einfach quasi stehen bleiben. Die kommen meistens auf dieselbe Stelle. Okay. Ab und an musst du halt ein bisschen die Federn da einfangen. Und es ist auch nicht so ganz einfach, die immer zu erwischen. Aber das passt schon. Ich habe jetzt ein bisschen großes Areal gezogen. Also ich habe mir jetzt richtig meine 30 Pfeile, also ich bin voll ausgerüstet hier. Also hier ist noch richtig, hier sind noch richtig, richtig viele Baumstämme, ne? Ja. Dann Minjas bringt gleich den Schlitten, glaube ich. Hoffe ich. Ich habe irgendwie ein Doppelzaun gerade gezogen. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja, also irgend... Mach den Blueprint nochmal weg. Dann nimm es doch wieder weg. Ja, ich bin dabei. Aber ich habe sehr viel Zaun gezogen. Der Wagen steht ja noch hier. Ne, das ist ein zweiter. Wir brauchen Stickys noch ganz wieder. So. Ne, ich wollte jetzt eigentlich keinen Baum stammen. So muss passen. Soll ich euch nochmal ein bisschen was runterfällen? Ja, ne? Wie kann ich ihn denn drehen? Ja, los. Hau drauf. Sanchez. Bin ich eigentlich Sanchez? Wer bin ich denn eigentlich... Da ist ein Schwein. Da ist ein Wildschwein. Boah, Maustasten-Mashing. Das hört man auch so schön in der Aufnahme. Klick, 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 klick. Ah. Wollen wir nicht ins Feuer latschen? Da brauchen wir noch einen Eingang vorne, hm? Welche Wagen? Da ist eine Wildsau. Das sag ich doch. Soll ich die mal versuchen mit den Feiern zu kriegen? Ja, mach mal. Töte sie. Gut, warte. Ähm, kann ich den Wagen hier auch irgendwie drehen? Oh, der fährt ja nur in eine Richtung. Der führt einen Zug nach oben. Oh nein, jetzt hab ich... Ach, verdammt. Ich kann doch die auch anzünden, dachte ich. So, wie weit ist denn der Zaun? So, der Zaun ist fertig. Ich nehm jetzt nur einen Teil raus für den Eingang. Und zwei hier vorne. Ey, die eine Zaun hab ich erwischt. So, jetzt hier den Eingang. Oh, come on. Voll ins Gesicht geschossen. Find das schön. Ja, und, ähm... Und was? Was mach ich denn jetzt? Ach, das ist der Wagen. Ja, drehen. Also, ich kann das natürlich... Wie kann ich den denn drehen? Einfach auf der Stelle drehen. Das ist ein bisschen komisch. Du musst sowieso wie so ein Boot. Drück mal nach links. Oh. Nach hinten und nach links. Ah. Genau. Okay, danke. Endlich. Hat ja lang gedauert, dass ich ne Antwort kriege. Ich hab ganz viel Fleisch. Schub. Da ist ein Baum im Weg. Ja, dann umschiff ihn. Kann ich auch mal umschiffen. Hier, hol du doch das... Das Dings. Ich hol jetzt erstmal das Holz hier raus, verbraucht. Ja, richtig. Dann komm ich mit meiner Stütten hin und hinterher. So, dann haben wir das Stück fertig. Dann mach ich das mal hinter der Hütte fertig, bevor wir das nachher vergessen. Ich hab gerade drei Wildschweine erlegt. Ich bin stolz auf dich. Drei. Drei Stück. Wo ist denn der Wagen? Hier ist so dunkel, hier siehst du nix. Nicht eins, nicht zwei, sondern drei. Sondern ganze drei. Ja, und äh, wirklich... Ja, ne. Geht mit dem Schlitten, ne? Kannst du mal das Holz hier runternehmen, bitte? Ähm, jo. Na, warte, ich hab grad noch einen Schweinekopf in der Hand. Ach so, okay. Hab's runtergenommen. Na. Ich weiß nicht genau, was man mit diesem Schweinekopf macht. Den kannst du an die Wand hängen. Ah. Das ist gut. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich weiß es nicht. Was hat man denn mit dem Schweinekopf? Wo sind Schlitten hin? Habt ihr beide mit hintergenommen? Ah, vielleicht kannst du das Ding auch an Effigy hängen. Wo ist der zweite Schlitten? Ich hab keine Ahnung. Ich habe nur einen. Was soll ich mit zwei? Jolle. Ja, was ist denn Schätzelein? Was willst du? Was für ein Schlitten denn hin? Ich werde sterben. Ich hab ja gar nichts gemacht. Ich werde jetzt hier das Fleisch aufhängen. Warum willst du sterben? Weil ich kein Leben mehr hab. Nachts im Wald und Bäume fällen. Super Idee. Ja, ne. Muss halt. Ihr habt Hunger, ja? Ihr habt Hunger? Ja. Dann hau ich uns mal was hier auf den Grill. Ich habe mich eingekerkert hier zwischen den Bäumen mit dem Wagen. Wo sind denn die ganzen Baumstämme hin, die hier waren? Hier. Den hab ich gerade auf den Schlitten geladen mit mir. Oh mein Gott. Ist einer da? Was? Was? Wo? Wie? Komm, los. Ich bin bei dir. Na du? Ich kann nicht schnell. Oh. Wenn du herkommst, gib sofort was zu essen. Los, los, los. Ja. Warte, ich hau unterwegs noch die bösen Bären kaputt. Oh, bist du. Will, du stirbst jetzt und die frisst mich. Los, reicht. So, ich hab schon was gegessen. Los, komm, 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 komm. Ja, ja, ja. Schnell, lauf, lauf. Ich lauf so schnell wie ich kann. Ach, und das wird dann hier unser Tor. Okay. So, noch kann man hier durch die Wand durch. Oh. Ich hab aber ganz viele Sachen hier bei. Kann ich den Fisch essen? Ähm, ja, ja, ich hab dir da was auf den Grill gehauen. Alles ist gut. So, ich hab den getrockneten Fisch gegessen. Ich hab da was auf den Grill gehabt. Ist das vielleicht... Weiß ich nicht. Ich guck mal. So, ich geh mal in die Hütte. Ich hab auch Hunger. Ich muss mal kurz ausprobieren. Mach das da draußen. Auf dem Feuer kann ich noch nichts essen. Es sind gar keine Kalikpallen da. Lala. Das ist ja mal ein Effigy hier geworden. Die schreien. Wind kommt. Oh, der Wind klingt da krass. Was? Oh, fuck. Nein, nicht sterben. Das hat nicht viel gebracht, das Essen. Oh. Ich setz mich mal kurz auf die Wand. Ah, 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 ah. Ich bin da. Wo bist du? Gott. Wir sind beide in der Hütte. Hi. Wir sind beide in der Hütte. Hallo. Ja. Wir kuscheln. Geh weg. Beschütze euch. Mach die Tür zu. Geh weg jetzt. Lass uns doch mal alleine. So. Kommt zu dir nicht rein. Ist nur für Mitglieder. Hey, tut mir leid heute gar nicht. Geht leider gar nicht. Musst du draußen bleiben. Du musst mal gucken. Du hast doch so ein Blueprint. Mauer mit Tür. Dass du denn da vorne noch setzt. Guten Tag. Guten Tag. Jetzt steht unser Beet. Geh aus unserem Beet raus. Assi. Gut, komm. Wir machen das. Lass mich mal meinen Bogen rausnehmen jetzt. Da stehen wir. Guck. Aber das Problem ist, wie zünde ich die denn an? Den Bogen? Ja. Ich glaub, da musst du da nicht Stoff dran machen. Ich glaub, du musst auch die Pile erst noch pimpen. Ich glaube nicht. Ich lese jetzt mal ein bisschen. Nee, da ist nix der gleiche. So, ich guck mal nach dem Blueprint. Das ist mit dem Tor. Ach, was ist das denn? Ach, sieh mal an. Aus Klaus kannst du auch Seil machen. Das ist ja sehr interessant. Ja. Okay, dann musst du ja jetzt so dran glauben. Oder auch so. Das ist Feuer gerannt. Ja, na perfekt. So, wir können dann gleich wieder ein neues Effigy aufstellen. Ich sehe das Ding nicht mit Tor. Achso, dann müssen wir hier dieses Walrus-Thor nehmen. Der lebt noch. Der lebt noch, Minyas. Da komm los. Alter. Das ist mein Fisch. Geh weg. Ja, ich habe ihn nicht getroffen. Irgendwann ist es so schick. Du meinst die Wand mit Tür? Für das Vor gibt es keine, oder? Wand mit Tür? Nee, wir müssen ja hier zu machen. Das ist laut. Ja, es gibt nur eine Wand mit Tür. Ich glaube, es gibt keine Tür, oder? Ja, es gibt das Walmit-Door. Aber das ist halt die für das normale Haus. Ich nehme halt die. Ist doch egal. Ist doch wurscht. Okay, ich setze sie. Ja, aber die kommen doch trotzdem rein. Ja, natürlich. Jetzt kommen sie noch rein. Nee, aber auch mit der Tür kommen die rein. Nee, durch die Tür kommen die nicht so schnell. Die sind zu doof. So, hab ich gesetzt. Achtung! Dein Deputy, geh weg! Geh weg, ich kann den mit dem Pfeil. Zurück zu den Deputy. Ich bin schon tot. Die wär super. Oh Mist, hat er mich auch erwischt? Ach. Ich hab ihn getroffen, aber... Ich würde die Pfeile halt wirklich äußerst gerne anzünden und ich weiß nicht wie. Dankeschön. Ich hab so richtig Hunger. Ja, ich auch. Ja, na, ich hatte doch der Wars. Ja, es hat aber nicht viel gebracht. Na, dann hängt da noch was am Drying-Rack. Nimmt euch das? Jawoll. Verhagert den so lange. Warte, warte, warte noch nicht. Ich ruhe mir was zu essen. Geh jetzt, los. Mach jetzt. Hab ich. Okay. Alter, Headshot. Bambalicious. Die Tür sieht ja voll süß aus da drinnen. Ja, das ist halt keine richtige. Ich weiß auch nicht. Vielleicht gibt's da noch ein richtiges Tor. Nö, nö, ich find das süß. Lass das doch so. Hat doch was. Hat doch voll Stil. Und jetzt gucken wir weiter. Da hinten ist doch jemand, da leuchtet was im Wald. Die haben schon wieder Fernlicht an. Das ist doch unverschämter. Die armen Rehe, die haben doch auch Angst. Nee, jetzt Banane. Banane, Banane. So geil fruchtig bin ich. Ich glaub, man kann nur einen gewissen Anteil haben. Acht Metz? Haben wir noch irgendwas zum Essen? Ah, acht Metz. Ich esse jetzt Füße. Das muss sein. Was? Ich hab doch so viel auf dem Drying Rack da reingepackt. Zwei Stück hängen hier noch, oder? Ja. Und die kann man noch nicht essen. Ja, dann wartet doch mal ganz kurz. Dann geh ich jetzt noch mal jagen. Ja, Nacht. Ja. Ich komm mit. Ich bin so awesome. Wo sind die ganzen Schweine, die du gesammelt hast? Die hab ich auch schon reingepackt und hab die in den Grill gelegt. Mhm. Da kommen zwei, zwei Fleisch kommen immer aus einem. Oh, shit. Haben wir Party? Da sollten wir nicht hingehen. Oh, da ist noch einer. Achtung. Ich seh ihn, ich seh ihn. Shit. Wir können übrigens, wenn wir uns irgendwie hochstellen, können wir die auch mit Steinen bewerfen. Ja, ja, das geht auch. Da kommen sie, siehste, Fernlicht kommt. Oh, jetzt ab hier. Ich guck mal, dass ich uns Fleisch organisiere. Ich stärke. Oh, ich hab nicht rechtzeitig geblockt. Shit. Schliege. Oh, nee, ne? Und ja. Kriegst du ihn, Serenipity? Oh, nee, der hat mich. Okay, ich komme. Hallo. Ja, ich bin wieder da. Ich bin wieder hier. Okay, jetzt. Von wo? Habt ihr keine Maths? Habt ihr keine Maths? Also macht euch Medizin. Immer gleich durchcraften, wenn ihr mal Zeit habt. Haut jetzt erstmal da ab. Oder geht in die Bude. Ich hab nichts. Ich geh in die Bude. Hab ich. Geht in die Bude. Shit. Okay, guten Tag. Nein. Ich schmecke nicht. Doch, warte mal. Doch, ich hab Aloe Vera. Wo hab ich denn die her? Guten Tag. Hallo. Und wie ist sie auch hier? So. Geht mir besser. Ja, komm rein. Na komm. Guck mal, dass ich jetzt hier irgendwas zu fressen kriege. Kommen die Treppe hoch? Kam da eben die Treppe hoch? Geht aus unserer Bude raus? Ach du. Ach du Scheiße. Was? Hinter mir, ne? Hinter mir. Heftiges Getrappel. Ich dreh mich um. Schnapp das Krokodil mich direkt. Oh Gott. In der Nacht. Was? Das ist rot. Nein. Mich umgedreht. Aber der hat komplett alles abgezogen. Die komplette Lebensanzeige war runter. Die kommen hier nicht hoch, oder? Die raffen nicht die Treppe zu gehen. Oh Gott, hab ich mich verjagt gerade. Weißte Menschen fressen aber hier nicht wissen, wie die Treppe hoch zu laufen ist. Ist schon recht. Boah, dieser Wind. Können wir nicht einfach noch ein paar Feuer setzen? Ja, macht doch mal. Ihr könnt auch noch mal einen Fiji aber ein bisschen weiter hinstellen. Oh, ach du. Mach das jetzt wie sehr ein Dipti. Und ich guck, dass ich uns hier... Da sind Rehe. Und natürlich auch du, ne? Hast du? Ja, ich hab einen. Ach verdammt. Komm Reh, bleib stehen. Wo sind die denn hin? Die sind hier, ähm, draußen. Warte jetzt bis sie kommen und zu die kommen. Was kommt? Ich hab das doch gekriegt. Oh. Pass auf, pass auf hinter dir. Hinter dir, hinter dir. Hä? Das hab ich doch auch gekriegt hier. Okay, der war zu hoch. Dich mach ich klein, du Drecksstück. So. In den Bauch. Burn, baby, burn. Ja komm doch! Dass immer ein Stoff drauf geht, ist blöd. Komm! Duell, Alter! Duell! Wer gewinnt? Doch, in dem Wald. Aber die können doch nicht unendlich nachkommen, oder? Wir müssen sie ja irgendwann mal ausgerottet haben. Na doch, die kommen immer wieder. Ach verdammt. Boah, ist das hier. Das wird ja mal Tag werden, ne? Heißes Duell, sag ich dir. Oh, bitte! Da kommt... Ne, da kommt keiner. Er liegt, er liegt! Ha! Damit bist du tot, mein Lieber. Damit bist du... Geschichte! So, dann nehm ich jetzt mal mit. Aber du musst schon runterschlagen, Kerle! Mann, Sanchez! Möchtest du nach unten gucken. Der ist tot. Ich bring die Sachen mit, ne? Wo ist denn der Schlitten hin? Bring die Leichen mit. Naja, die... Haben wir den Schlitten oben... gel... laden? Ich hab einen oben im Wald stehen lassen. Weil... Abends... So... Da ist noch eine Leiche. Wo sind noch... noch mehr Leichen? Ah, hier ist einer, ja. Hier sind überall Rehe. Ich würd die gerne mitnehmen. So, sieben. Ich nehm den Schlitten zurück. Und wenn jetzt noch irgendwo Leichen liegen? Jetzt höre ich Fögel switch an. Mit Sicherheit, aber ich weiß nicht mehr wo. Wow. Einen liegt auf jeden Fall unten an diesem... einsamen Baum. Welchem einsamen Baum? Warte, da zeig ich dir. Ich muss erst meine Schlitten hier hoch. Ach, jedes Mal... Mann. Wo sind denn jetzt die Rehe? Ich hab keins gekriegt. Ach, Mann. Da ist noch eins. Bitte. Soll ich hier unten ans Ufer noch ein Effigy hinstellen? Ich stell hier noch ein Effigy hin. Meinst du, wenn die Sachen aus der Einrichtung nicht kommen? Höher, höher, höher. Ähm... Quatsch. Geht zu hoch. Oh, Mann. So, noch einer müsste das faul sein hinterm Haus. Quatsch, der ist hier drin. Ach komm, dich hab ich erwischt. Ich hab's, ich hab's. So eins ans Ufer stelle ich. Rehkopf. So, jetzt geh ich Leichen suchen. Ich hab was zu mampfen für euch. Ich hab mich... Ach doch, ich komm raus. Puh. So, hinterm Haus ist jetzt zu. Puh. Hab was zu essen. Juhu. Warum lässt denn immer eins fallen? Wahrscheinlich wegen Feuerzeug. Einhändig würde ich auch nicht so einen Baum da raus lupfen. Frage ist, jetzt hab ich wieder so ein Rehkopf. Wofür braucht man die Köpfe? Ach, schreibt's echt mal, ne? Also, ich will das wissen. Behöpsch. Behöpsch an die Wand. Wir liegen übrigens zwei Leichen, wer Leichen sucht. Ich hab die da hingelegt. Oh Gott. Du hast die da hingelegt, okay. Ja, natürlich. Das sind meine Effigies. Also, es macht wahrscheinlich wenig Sinn, ein Effigy am Ufer zu bauen, aber das ist mir egal. Hier ist noch ein, hier sind noch zwei Holzdinger. Jetzt hab ich zwar den, den Hirschkopf da fallen lassen, aber wo war ich. Kurz nach dem einen liegt auch noch ein Fuß. Übrigens wieder Tag. Schön. Ja, dann bring mir den Fuß doch bitte. Minjas, halt, 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 halt. Bitteschön. Oh. Ich brauch hier nochmal so'n, so'n... Haben die die Eingeborene mitgenommen? Ah, Fiji. Der eine steht ziemlich weit oben. Da ist doch grad der Kopf ab. Ähm, wie heißt denn dieses Effigy, was, was man selbst gestaltet? Das ist jetzt mit dem einen Kopf drauf, das erste, das kleinste. Custom steht da drauf. Vielleicht geht das... Vielleicht wird das da ja irgendwie nicht. Oh, so ne Skulllamp ist auch gut. Sollten wir auch mal aufstellen. Creative Head Trophy. Ähm, man, hier gibt's ja richtig Sachen. Hm. Ich seh da hinten den Baum da so... Custom Effigy. Oh, tut mir leid, Lüich. Oh, rausgetappt. Sorry. Hab ich wieder drin? Jetzt. Ähm, Arme... Gut. Passt. Nächstes... Ja hin. Wenn jemand noch einen zweiten Schlitten bringt, würde ich die Holz... Wollte ich Holz... Hast du meinen Schlitten gefunden? Den ich oben... Oben... Ich hab auch nicht wirklich gesucht. Ja. Burn, Baby! Brennt das? Brennt nicht. Muss und nach unten gucken. Ah. Macht. Mein Effigy will nicht brennen. Aber es steht schon mal da. Ich hab noch mal eins hingestellt. So. Juhu, Nicole! Hallo! Juhu! Was ist die da unten? Ich hab, äh... Fleisch mitgebracht. Das ist gut. Ups. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte es noch ein bisschen drehen. Aber na gut. Wir haben doch alle Hunger, hab ich gehört. Ja. Hier brennen überall diese Effigys hin. Wo ist meine Leiche hin? Hier liegt meine Leiche. Ähm... Äh... Minyas, hast du auch Hunger? Hm, ne. Ich hab so ein Viertel leer grad mal vom Magen. Okay. Dann hau ich uns beiden Mädels hier was drauf. Der Rest geht... Ähm... Dem fehlt ja schon ein Bein. Wo ist denn das Bein hin? Ja. Ja. Halbe... Halbe ist nicht gut. Ne, das scheiß... So, könnt ihr mal ganz kurz helfen, den Schütten abladen? Ne, das geht nicht. Wie war das? Ähm, ähm... Kopflampe? Find ich gut. Ich hab nen Kopf. Wie viele Köpfe brauchen wir? Wo hast denn du die... 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 Die, ähm... Ähm... Warte... Warte, warte... Ich such die nochmal raus. Ich hab auch noch Skiles in der Tasche. Ich baue die mal. Die sind ganz gut. Die beleuchten halt unser Feld auch. Oh ja, unter was hast du die gefunden? Sowieso für die Aufnahme, sag ich mal, ist das besser. Warte mal. Custom... Ich bin jetzt... Ach, der Base. Galamp. Und unter was findest du die? Ähm... Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Custom Building? Hast du noch nen Stick? Ähm, ja. Ich glaub schon. Auf der einen Seite ist das links oben... äh, rechts oben. Okay, ach. Okay. Der ist ja süß. Ich hab die eigentlich andersrum gebaut, aber gut. Knochen... Nee, die ist ganz... Die ist wirklich auch ganz hell. Also... Macht schon Sinn, die jetzt zu bauen. Bau da nochmal so ein Ding hin, ne? Ich meinte, dass ich eben einen Baumschrauben liegen sehe und ich... Achso, ich hab hier deinen Kopf schon genannt. Oh, oh, die schreien da schon wieder. Die kommen ja, ja. Das macht nix. Bau mal eins hier mitten in die Pampa, damit mal ein bisschen was beleuchtet ist. Ah, Sticks, Sticks, Sticks. Kann das sein, dass die Sticks, äh, die die Bäume jetzt halt wegbacken? Wegbacken? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So. Da, da. Nee, keine Sticks. Ja. Während wir die letzten Schläge hier veranstalten, geht auch schon wieder eine Folge The Forest zu Ende. Der Zaun steht bald. Eww. Wir haben uns Respekt in der Nachbarschaft verschafft. Ah, ja. Das glaubst du. Also, die Mädels haben sich Respekt verschafft. Ich, äh, bin gestorben. Genau. Wie immer. Ich auch. Ja, ich rette euch ja immer den Arsch, ne? Ist ja klar. Das ist, ja. Mach ich doch gern. Du bist ja da. Aber du hast dafür die Federn besorgt. Ja, feine und so. Wir kommen mit dem letzten Lurch und dem Wagen voller schöner Sachen. Das waren so. Jeders Leben. Wir setzen die letzten Baumstämme ein. Hm. So, mein F&G fackelt. Wenn wir alles gut gerechnet haben, ist heute Sonntag. Wünsche euch einen schönen Restsonntag, eine angenehme Woche. Das passt schon. Passt schon. Und Kinder, immer den Kopf abschlagen, ihr wisst ja, ne? Genau. Macht man das zu Hause. Macht man dann so, ne? Genau. Die hat noch einen Kopf, den kann ich ja auch noch abschlagen. So, das letzte Holz ist da, Mädels. Jo. Wir brauchen jetzt noch eine Folge. Und dann, wie gesagt, einen angenehmen Sonntag. Und bis zur nächsten Folge vermeintlich am Dienstag wieder. Ne? Komm, mein Fest, Mädels. Bis demnächst. Bis dann, sag ich. Tschüss. 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 Tschüss.